so freunde willkommen zu diesem video wir werden uns mal das balance update anschauen das ist jetzt vor ein paar tagen online gegangen aber da ich darauf hingewiesen worden bin mir das doch mal bitte anzuschauen möchte ich das hiermit an der stelle einmal tun und ich habe auch noch eine sache die mir aufgefallen ist die anscheinend eher so ein bisschen klammheimlich geändert worden ist aber irgendwie dann doch einen relativ krassen impact hat beziehungsweise also mal so definitiv helden in irgendeiner art und weise auch deutlich unattraktiver macht und das werden wir uns einmal anschauen ich muss noch einmal ganz kurz gucken okay wir machen aber erst mal dass das balance update was wir haben so wie sehen das ist ja jetzt so auch so das neue ding wir nerven nicht mehr die helden sondern wir machen einfach die helden stärker ja und dann das folgt oder das hat zur folge dass natürlich dann wenn bestehende helden stärker gemacht werden die nächsten helden die neu kommen natürlich noch stärker sein müssen oder deutlich stärker so und ja das ist natürlich dann so ein zyklus wurde wo das spiel dann noch schneller von statten geht als sowieso schon na und das ist natürlich jetzt können sie natürlich sagen ja wir nerfen ja nicht mehr ihr braucht euch ja nicht mehr beschweren wir buffen ja nur die helden aber das ist halt bis zu einem gewissen punkt halt auch nicht mehr gut gut aber wir schauen mal also es hat was zu tun mit den faun heroes also mit verity saskia tamlin und peregrine mit den neuen ninjas helden des monats familienbonus und dann wurde die mal noch gebufft der neueste dann die sohn zelt kriegt noch mal einen buff ja kann man kann man ja machen warum nicht so ich lasse extra auf englisch weil ich habe angst vor der deutschen übersetzung ja so peregrine verity und tamlin die haben ja diese sind diese buffs die jetzt anscheinend nicht mehr geklaut werden können oder kopiert werden können was auch immer jetzt ja nur geklaut stand das vorher auch in der karte dass das das geht das war ja hier so was wie dieses überlegte ausweichen da und was auch immer dass man da irgendwie fünf mal ausweichen kann oder keine ahnung was ich habe die helden nicht ich habe sie mir deswegen auch nur nur so sporadisch angeschaut jedenfalls ist es der buff dass es halt jetzt anscheinend nicht mehr geklaut angehoben oder kopiert werden kann ja bei saskia wurde der passive skill gebufft okay den weiß ich jetzt nicht aus dem kopf deswegen lassen wir es erstmal so slayer familie so hier sehen wir jetzt die stacks wurden gebufft im familienbonus und jetzt ist es ja mehr dann heilung und mana boost und das ist jetzt jeweils erhöht worden von 10 auf 15 lebenspunkte und von fünf prozent auf sechs prozent pro stack ist ganz nett ja jetzt muss man dazu wissen warum jetzt ausgerechnet die slayer ich sagte genau warum die slayer nämlich ein der beta waren kostüme für emilio direktorin suri und fluffy und diese zirkus helden sind in dem gleichen challenge event wie die slayer also in dem portal macht ja dann sinn da noch mal so ein bisschen was auszuholen sondern werden die aufgelistet wer davon profitiert oder wer davon betroffen ist und das sind halt im endeffekt die ähm player helden die die wir noch immer mal wieder sehen und nutzen das sind norel und mewe norel der grüne sie die lila ne kylian sehen wir auch immer mal noch mal wieder den roten ähm aber so die anderen siehst du eigentlich gar nicht ja so und ähm jetzt haben wir die ninjas ja die neuen ninjas sind ja sowieso ähm brutal gut ja aber da wird jetzt auch noch mal ein bisschen was gemacht so bei tora das haben wir schon festgestellt ist ja die klasse vom ranger also vom waldläufer zum barbaren geändert worden da gab es dann auch tatsächlich ähm embleme zurück beziehungsweise so so tokens irgendwie haben manche gekriegt ähm na weil das problem hatte ich ja hatte ich ja schon mal im video gesagt äh ist natürlich wenn du dann jemandem deine waldläufer embleme gibst der wird umgewandelt in einen barbaren sind deine waldläufer embleme weg oder die waren weg und äh das hat halt leute betroffen die dann nur noch 17 äh der waldläufer embleme hatten aber 4000 barbaren embleme so und die haben sich auch gedacht ja scheiße jetzt habe ich keine waldläufer mehr schwimme in barbaren emblemen und kann kann nichts machen ne das wurde aber jedenfalls äh gab es dann da die jeweilige entschädigung ist ja gut so dann haben wir lebenspunkte wurden erhöht ja warum auch immer so malum das ist der letzte neue ninja naja der vorletzte umeko war jetzt die letzte malum war davor sondern jetzt sehen wir auch äh leben wurde erhöht ja sehr schön ähm die maximale lebensreduktion wurde gebufft in der ersten aufladung von 400 auf 500 dann 500 auf 650 und von 600 auf 800 ok wäre es nicht eigentlich logischer von 650 auf 800 ist das ein tippfehler ich weiß es nicht ähm und dann haben wir hier noch äh der dritten aufladung äh also ich weiß ja nicht ja also es es werden teilweise dann sachen in allen aufladungen geändert und dann wird ähm das eine sache nur in der dritten aufladung geändert also ich weiß nicht was äh was das soll ähm warum man dann entweder warum man ihn nicht einfach in ruhe lässt weil er ist ja neu er ist ja gut warum man jetzt da hier und da ein bisschen rumspielt ich weiß es nicht keine ahnung so Chicago Leben wurde erhöht Iga Leben wurde erhöht Nomad wurde Leben erhöht warum die das machen ich hab keine Ahnung ich weiß es nicht ja so dann haben wir noch Dima und das ist halt für mich auch ein Witz weil Dima ist jetzt auch halt der vorletzte Neue der reingekommen ist der kriegt mehr Defensive mehr Schaden und sein Defensiv ja sein ja was ist das denn was macht er denn sein negativer Effekt da wurde jedenfalls auch gebufft ich weiß nicht mehr was er jetzt macht keine Ahnung müssen wir müssen wir jetzt im Spiel gucken warte mal ich kann mal eben kurz mal gucken was ist das was er ach so der Defense Down okay alles klar so und jetzt haben wir noch die Helden des Monats so und das ist natürlich dann jetzt ich sag mal so für Leute die relativ weit oben spielen da siehst du diese Helden eigentlich in der Regel nicht mehr das heißt jetzt per se nicht dass sie dass sie schlecht sind das heißt halt einfach nur dass es da bessere Helden gibt und die Leute die halt oben sind Geld einsetzen dass die höchstwahrscheinlich dann die besseren Versionen haben je nachdem auf welchem Niveau man spielt ist es natürlich auch so dass man halt auch noch ein Alberich und ein E-Gear nutzen kann also ich persönlich fand ein E-Gear nie wirklich schlecht ich sehe immer noch Leute zwar wenige aber immer noch welche die auf hohem Niveau mit Vordienern spielen das war jetzt ein Haustier die Haustiere waren deutlich sind deutlich jünger also ich war ja auch von den Werten her besser aber ich glaube so ein E-Gear mit Kostümen der kommt da womöglich auch schon ran und macht im Endeffekt das gleiche also ich weiß nicht also ich tue mir immer schwer mit der hält das scheiße so jeder hat da schon damals haben sie auch alle gesagt oh wie schlimm ist der Grimble und wie schlecht ist der und wie auch immer und ich habe immer gesagt hey Leute seine Zeit wird kommen irgendwann wollen wir ihn haben und dann kam die Zeit wo dann wieder viele Minions am Start waren das war dann da standen dann auch Sun Quan und Liu Bay und sowas in der Defensive und alles möglich und da haben sie sich alle Grimble zurückgewünscht oder als die Königreich Helden das Passiv noch nicht hatten dass man die Minions nicht weg machen kann und sowas da wollten sie alle auch ein Grimble haben ich tue das schwer mit Helden komplett abzuschreiben oder sagen scheiße auf irgendeinem Niveau in einer bestimmten Situation weil man die und die Helden nicht hat wird man auf andere Helden zurückgreifen müssen und dann kann man die wahrscheinlich auch spielen das ist wenn man weiter oben ist oder generell wenn man Geld ausgibt dann hat man halt zu viele Alternativen und wertschätzt die Helden vielleicht auch nicht mehr so sehr weil man dann denkt der ist schlecht weil der einfach 500 weniger Angriff hat oder Leben hat als der andere und deswegen ist der echt kacke ich will nur mit dem anderen weiß ich nicht ich bin da ein bisschen entspannter so Alberich Albi Heilung über Zeit wurde erhöht okay und fürs Kostüm auch ja es hat ein Reviver hat man eine Zeit lang im Rush gespielt mittlerweile jetzt auf höherem Niveau nicht mehr ich könnte mir vorstellen auf niedrigerem Niveau Mittelklasse Niveau spielt man noch mit Reviver vielleicht kann man kann man dann nehmen ja es gibt natürlich ein paar bessere Reviver da müssen wir jetzt nicht drüber reden also Lisa Nord zum Beispiel von dem Ritter Event ja wahrscheinlich sogar auch Mutter Nord dass die noch dass die besser ist auch mit Kostümen was haben wir da noch hier Relius und sowas da sind ein paar deutlich bessere dabei aber ey wenn man keinen anderen Reviver hat und gerne mit Reviver spielen will dann ist er halt dann freut man sich darüber dass der einen kleinen Buff gekriegt hat das ist ja sowieso das Ding so alte Helden die können von mir so viele Buffs kriegen wie sie wollen ich würde auch wieder wenn der Held richtig krass gebufft wird auch wieder mit alten Monatshelden spielen habe ich kein Problem mit aber naja so dann haben wir E-Gear okay die Züge seiner also die Anzahl der Runden wo er seine Buffs hat wurde von 3 auf 4 erhöht das ist auch schön Kostüm genau das gleiche und Heilung über Zeit wurde auch geändert von 549 Lebenspunkten bei 3 Zügen auf 732 nach 4 Zügen okay ja also ist auf jeden Fall eine Besserung das heißt wer sowieso schon mit E-Gear gespielt hat kann sich freuen so Russell direkter Schaden erhöht und Brandschaden erhöht ja hört sich doch auch gut an also für die Leute die mit Russell spielen ja kannst dich freuen dann muss man jetzt halt auch sagen ist jetzt der Russell jetzt auf einmal so brutal gut geworden dass ich den leveln werde anstatt Dima oder Pfefferflamme nee natürlich nicht wenn ich die Wahl habe zwischen einem neuen Helden und einem alten Helden levelt man in der Regel den neuen Helden das ist auch irgendwie klar außer es ist halt wirklich so was dass man sagt so mythischer Titan muss ich besser werden dann kannst du auch einen älteren Helden leveln der den Angriff erhöht ja also wie ein Mickey oder sowas keine Ahnung je nachdem wie deine Optionen sind aber wenn du halt so bestimmte Nischen Sachen dich verbessern willst dann ist halt immer ein bisschen was anderes aber so generell nimmt man immer den neueren Helden so Selidana Leben wurde also das Boosted Leben wurde erhöht von 800 auf 1000 auch gut ja und der Giftschaden von Utragan wurde auch erhöht okay ja also ich sag mal so die untere Reihe hier alles gut finde ich gut ähm alte Helden sollten immer mal wieder Buffs kriegen um einigermaßen wettkampfsfähig zu sein was ich halt nicht verstehen kann ist die Ninjas die man kann ich nicht verstehen kann ich nicht nachvollziehen die Faun Familie kann ich auch nicht so wirklich nachvollziehen ähm dass man jetzt die Slayer ähm bufft ja gut mein Gott die sind halt auch schon ein bisschen älter kann es also auch machen ich sehe mal darüber hinweg dass die wahrscheinlich dann auch demnächst im Challenge Event kommen und dass das jetzt einfach was ich jetzt aber tatsächlich deutlich schlimmer finde ist das hier so und das ist mir aufgefallen ähm als ich gespielt habe und ich hab dann einfach mal bei uns gesagt ey Leute passt mal da auf ist das nur ein Bug oder wie auch immer so und jetzt kommt es nämlich mal pass auf Version 71 beinhaltet einen einen Wechsel oder eine Änderung bei dem Spreading Status Effekt also bei den Status Effekten die sich verbreiten da reden wir von White Fang seinem Frost Schaden wir reden von Schimmerschuppes Blutung Schaden der sich verbreiten kann wir reden von den Tanzeffekten Rotbart zum Beispiel ja ähm alles das was sich halt auf nahestehende weiter ausbreiten kann na jetzt pass auf so hier steht es ich übersetze es jetzt nicht eins zu eins ne aber hier in diesem Absatz steht dass es nur einen Versuch gibt diese Sache zu verteilen ja also ähm geht es dann weiter wenn es geblockt oder ähm wenn man widersteht dann wird kein weiterer Versuch unternommen dass sich das weiter ausbreitet so und jetzt pass auf ich mache ein simples Beispiel ganz simples Beispiel ähm ich hatte von Rotbart habe ihn gefeuert und es war ähm eine Hathor Immunität unterwegs so ich hatte dann ähm ich hatte aber dann durch Demi Lün hatte ich eine Seite mein 4-1 Team in Lila mit Demi Lün hatte ich die Immunität weggenommen von einer Seite habe Rotbart gefeuert hat sich gesetzt ist weitergegangen und dann stand er vor dem Buff von Hathor also dieser Immunität gegen negative Effekte so ich habe gesehen da stand okay er versucht es kann er nicht machen ist ja Immunität dann im nächsten Zug war die Immunität weg und ich dachte mir so yo what the fuck warum setzt sich der Tanz jetzt nicht weiter warum tanzt Hathor jetzt nicht der hat keine Immunität mehr nichts mehr ja stand ich da dachte okay ist das ein Bug ist das ein Bug wenn es irgendwie einmal geblockt wird oder wie auch immer dass es dann sich nicht mehr setzt ich habe es dann beobachtet gleiche habe ich dann gesehen bei Dio Han Kleriker Klasse hat widerstanden dem Tanz danach keine Anstalten mehr gemacht dass der Tanz sich setzen sollte ich habe es bei Zuge gesehen auch nicht passiert ich habe es bei den Tunes gesehen auch nicht passiert da habe ich mir gedacht okay Rotbart dann habe ich mal mit dem blauen Team gegen Bernadette gespielt und da war auch ein wer war da ich meine es war auch Dio Han ja ich habe dann in die Ecke Whitefang gefeuert und dachte so jetzt verteilt sich dieser ganze Quatsch gleich schön Dio Han wieder steht ein Zug später zwei Züge später ist mir dann aufgefallen hä warum wird denn bei Dio Han nichts abgezogen warum hat sich jetzt der Frost Schaden nicht ausgebreitet und dann habe ich mir gedacht hm also scheint es irgendeinen Bug zu geben weil ich wusste davon nicht das steht nicht in einem Forum ich habe es nirgendwo gefunden das hat mir einer aus der Allianz geschickt weil ich danach gefragt habe und es ist tatsächlich so hier this information should have been included in the version 71 release notes unfortunately was omitted due to an oversight so okay blöd gelaufen ja würde ich jetzt mal sagen und dann sagen sie we apologize for any confusion caused so das ist natürlich gut ja also sollte irgendwie da stehen stand aber irgendwie nicht und ja die leute haben sich dann gewundert und das war dann wohl auch das ist jetzt der 22.10. gewesen das kann auch zur Zeit des Covenant Portal wo er auch drin war ich weiß es nicht aber das ist natürlich eine Sache wo du dir jetzt denkst okay da haben die natürlich jetzt die Helden deutlich das heißt nicht deutlich aber schon geschwächt und die auch ran und zuge deutlich stärker gemacht weil die widerstehen ja gefühlt allem die tun das auch also wenn du jetzt keine Ahnung nimmst du einen Rotbart feuerst den und der geht jetzt auf die linke Ecke jetzt steht in der rechten Ecke in der rechten nee mach das alles du feuerst in die linke Ecke auf der linken Flanke steht jetzt in Zuge und als tankne die auch ran so du feuerst Rotbart hinten hin in die Ecke keine Ahnung wer da steht so der überlebt der tanzt jetzt will er nächste Runde den Tanz weitergeben Zuge widersteht Tanz unterbrochen fertig wow da ist Rotbart dann jetzt nur noch ein Sniper gewesen der dann natürlich dann am Ende noch 1700 Schaden macht aber nur bei einem anstatt bei allen wenn sie halt nicht widerstehen würden so das heißt solche Helden wie Rotbart auch der der Whitefang der Fuchs der Blaue sind gegen solche Defensiven eigentlich nicht brauchbar bei Schimmerschuppe sehe ich es noch einen Tacken anders weil Schimmerschuppe trifft ja auch dann wieder also es ist ja jetzt nicht so wenn jetzt wenn sich dieser Blutungsschaden ausbreitet und da bleibt jetzt bei die ja auch anhängen ja gut ist halt blöd aber Schimmerschuppe kann ja halt auch wieder neu treffen und dann kann er die auch antreffen und dann könnte es da dann dazu kommen dass sie dann den Blutungsschaden kriegt das ist nicht so schlimm aber ich finde es eher deutlich schlimmer beim Fuchs und halt auch bei von Rotbart weil das ist ja gerade das krasse bei dem Rotbart dass er theoretisch eine ganze defensive lahm legen kann und jetzt kann es sein dass du ihn feuerst und er macht es halt nur auf einen das heißt du musst es jetzt tatsächlich extrem gut abpassen dass du wenn möglich keine kleriker drin hast keine mönche und keine hartor und keine tun dann kannst du Rotbart ganz geschmeidig mitnehmen weiß ich oder eine hartor drin hat auf meinem niveau relativ selten also irgendeiner von denen wird da drin sein das heißt deutlich mal eben abgeschwächt und irgendwie hat es keiner mitgekriegt und ich habe es jetzt halt mitgekriegt weil es mir aufgefallen ist in den Kämpfen wo ich mir gedacht habe okay hier ist aber irgendwas nicht richtig und das ist natürlich schon mehr so ein Ding wo ich mir denke mal eben so nicht mal ganz groß irgendwie in einem Balance Update angekündigt oder sowas oder ein Statement gemacht so wir denken das haben wir dann doch zu stark irgendwie gemacht oder sowas wir müssen das jetzt abschwächen nö da kommt der Rotbart lieber nochmal ins Covenant Portal oder sonst wo und dann heißt es auch ja wir haben es leider aus Versehen nicht nicht mitgeteilt ist untergegangen und sowas weiß ich nicht ist halt irgendwie ein bisschen blöd aber das wollte ich nur mal sagen nicht dass man sich jetzt wundert warum manche Helden nicht das machen was man eigentlich davon erwartet also wenn wir sowas in Zukunft haben kann es sein dass das kein Bug ist sondern dass wir einfach eine Information nicht bekommen haben und die irgendwo verschwunden gegangen ist wie auch immer ja das war nochmal wichtig das wollte ich nochmal auf jeden Fall mit reinbringen Balance Update Update an sich ja ist gut wenn alte Helden gebufft werden neue Helden müssen nicht gebufft werden meiner Meinung nach deswegen Balance Update ja so 50-50 ist in Ordnung es musste nicht sein bei manchen aber das ist halt echt kacke also da musst du jetzt echt noch genauer gucken gegen wen spiele ich da und kann ich das Team da mitnehmen und wie auch immer ich meine Hartor ist ja jetzt nicht schlimm da könnte so ein Zuge ohne die auch an die widerstehen halt sehr häufig und das stärkt die natürlich jetzt auch wieder enorm also macht es noch schwieriger es ist eigentlich noch schwieriger es ist halt eine Option in der Offensive jetzt wieder flöten gegangen dass halt der Tanz es nicht jede Runde wieder neu versucht sondern nur einmal und wenn es nicht funktioniert dann Pech gehabt naja wir werden sehen also mich hat jetzt so explizit noch kein Match gekostet dass ich deswegen verloren habe also wenn dann war sowieso schon Hopf Nommals verloren aber ja bin mal gespannt ob es irgendwann dazu kommen wird dass ich genau wegen sowas dann verlieren werde dann werde ich mich an das hier zurück erinnern gut das soll es erstmal so gewesen sein vom Balance Update falls irgendwelche Anmerkungen sind Fragen sind oder so schreibt sie rein und dann sehen wir uns im nächsten Video vielen Dank fürs Zuschauen macht's gut ciao ciao